Okay, komm. Das schaffen wir jetzt. Oh, scheiße. Dumm! So bis dahinter. Dieses Level macht mich fertig. Jum! Macht es. Dann wollen wir mal. Jetzt schaffen wir es aber. In einem Zug. Ja. In einem Zug. In zwei Zügen. Ein Anzug mit vielen Safe-Stats. Ja, ja, das ist der Safe-State-Zug. So, und jetzt hier, glaube ich, springen. Ja. So, nicht berühren. Flieg drüber. Was? Ah, okay, ich wollte schon sagen, da tut mir nichts. Na gut. Aber jetzt haben wir auch den Teil hier wenigstens. Also, wir müssen da wirklich irgendwie hochspringen. Ah, scheiße, bin ich dumm. Ja. Danke, danke. Na wieso, du bist gegen die Wand gefallen, also bist du dumm. Ja, ich stimme dir langsam zu. Jetzt sind wir schon bei sehr dumm. So, und jetzt hier springen. So, die Viecher irgendwie überspringen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Das ist eigentlich ganz... ...einfach. Mhm. Ziemlich. Ich dachte, ich krieg beide. Ich dachte, ich krieg beide. Tja, man soll nicht immer so gierig sein. So, dann hier rein und wieder raus. So, so, und... ...ja, genau so geht das. Nein, 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 nein. Nein, doch, ja, genau so. Wow! Die Wand war fies. Boah, scheiße. Ich glaube, wir müssen das letzte nicht überspringen. Und zwar dem irgendwie anders ausweiten. Ja, keine Ahnung, aber wie. Ich würde sagen, wir machen gleich erstmal noch einen... ...idioten-Safe-State. Einen idioten-Safe-State. Ich drücke gleich nochmal Start, wenn wir nochmal einen Safe-State machen, wenn wir hier an dem Teil vorbei sind. Und da aus dem Ding rausspringen. Weil, guck mal, das schaffen wir ja auch mittlerweile schon im Schlaf. Mhm. Ziemlich. So, und? Ähm, ja, ist gesetzt. So. Neu. Neu. So. Sechs waren das. Oder fünf. Okay, da war schon der fünfte. Da. Spring. Spring. Da. Hallo, wo ist das? Da. Okay, bei den anderen muss man normal springen. Die ganze Zeit. Aber es lief gut eigentlich. Sehr schön. So. So, fünf waren... Schön. War das nicht sechs? Ist das fünf? Ich meine, es waren fünf. Gucken wir nochmal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und springen. Und hoch. Spring. Und hoch. Und hoch. Oh, komm, 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 komm. Ja, aber jetzt springen. Nein, ich hab gedrückt. Aber du hast es auch nicht geschafft, siehst du. Ja. Wir sind beide zu früh gesprungen. Ich bin gar nicht gesprungen. Okay, das geht auch. Ich hab aber gedrückt. Okay, komm, den kann man auch einfach so ausweichen. La la la. Mhm. La la la. Den kann man einfach so ausweichen. Ganz einfach. Also, beim ersten ging es eigentlich. Hier, einfach so. So, einfach durch. Einfach durch. Einfach durch. Einfach durch. Einfach durch. Und springen! Ähm. Geil. Hä? Was war das? Wieso kamen da Sachen, die vorher nicht kamen? Wieso konnte ich nicht mehr springen? Wieso haben wir jetzt irgendwie da durchgeglitscht? So, hier rüber. Hier rüber. Na, komm. Musst du immer alles mit deinen Gesprüngern lösen. So, ladadadum. Boah, ich hab gedrückt. Ja. Ich glaub, solange einer weiterkommt, dann kommen wir doch weiter. Mhm. Aber dann nicht mehr. Oh, scheiße. Weil irgendwie, als wir gerade beide nicht gesprungen sind, sind wir da weiter durchgegangen. Einfach irgendwie. Ja, weil der, weil der zweite Bumper, glaube ich, dann gekommen ist. Weil du das gepeilt hast und ich nicht. So. So. Und so. Und springen. So, springen hoch. Und nächster. Und noch einer. So, und komm. Jetzt direkt hoch. Ja. Wir könnten vielleicht beim dritten Ding nochmal ein Safeset setzen. Ne, ich glaub, das wäre mir ein bisschen zu gefährlich. Meinst du? Ich würd erst sagen, wir machen ein Safeset, wenn wir da an der Stelle schon ein paar Mal durchgegangen sind. Damit wir wissen, was uns danach erwartet. Okay. Oh, das war knapp. Ja, so. Am besten weiter hinten bleiben. So. Jetzt springen. Wenn mir jetzt auch nicht reagiert irgendwie. Ja, irgendwie seltsam. Aber ich glaub, ich hab auch viel zu spät gedrückt. Ich würd sagen, einfach die ganze Zeit den Sprungknopf drücken. Sobald wir dort landen. Irgendwann springt der... Aber dann springen wir zu früh. Das ist das Problem. Einfach mal ausprobieren. Vielleicht reicht der die Zeit doch. Oder dann einfach nach vorne drücken. Oh, super. Guck mal, das Ding verfolgt er... Wie die sich durch die Mauer glitschen. Das Ding hat nicht verfolgt. Selbst im Tod. Das musst du dich lieben. Wahrscheinlich. Zack, zack. Oh, komm. Ist ja auch grün. Hier muss man doch nicht mal springen. Guck mal, wie ich das mache. Ja, trotzdem. Macht Spaß. Muiiuum. So, spring, schrub, spring, spring. Ich hab die ganze Zeit drücken. Genau, ich hab die ganze Zeit den Sprungknopf. Ja, ja, ja. Na, oin, ich bin dagegen geknallt, ich Idiot. Du darfst beim, beim, bei der Plattform darf man nicht gleich springen. Lalalalalala. So, und, hops. So, komm, 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 komm. Drücken, drücken. Ja, 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 gut, ich bin nochmal rausgekommen. Nein! Du hast wirklich recht, man sollte nicht wirklich direkt sofort drücken. Ja, richtig, weil dann kommst du genau auf die Begründe. Wenn man nicht zu spät drücke, dann klappt das, dann spielt der gar nicht, genau. Deswegen sage ich, wir sollten vielleicht einen Safe-Set setzen, wenn wir in dem gelben drin sind. Ich weiß nicht. Wie gesagt, das ist mir ja dann wieder ein bisschen riskant hier. So, dadadadadadadadadadadadadam. Hoch und jetzt. Ne, hat nicht geklappt. Wie wir da unten her noch durch la- äh, wouseln. Ich würde sagen, wir machen einen Safe-Set, nachdem wir die fünf Viecher da, also nach dem Sprung über die Mauer. Okay, das kann man machen. Die Mauer muss weg. Aber bitte erst Pause drücken, wenn wir die Mauer auch wirklich darüber passiert haben. Genau deswegen. Ich hoffe, du hast gerade nicht gespeichert. Nein, hab ich nicht. Weil sonst, äh, Hölle? Hölle auf Erden. Zugefroren. Und so. So. Jetzt. Ja, ist gesetzt. Okay. Und mal raus. So, jetzt springen! Nein, ich hab im zweiten nicht gesprungen. Ich hab zwar gedrückt, aber es ist ein paar Mal. Okay, wir müssen gleich zweimal, insgesamt dreimal dort springen, aber... Dreimal? Ich mein, das waren dreimal jetzt insgesamt, oder? Also hier eins. Nein, nur zweimal. Hier einmal. Hier noch einmal. Und dann noch einmal. Ach doch, du hast recht. Du hast recht. Und dann nicht mehr. Aber wir kommen wo durch? Wir kommen weiter durch. Ich würde sagen, wenn wir dann da gelandet sind, wenn wir es irgendwann schaffen, ist das gleiche wie der Safe-Set. So. Da hätte ich springen sollen. So ein bisschen. Sendings-Status. Das ist, was man am häufigsten in diesem Spiel sieht. Sending-Status. Oder bei mir eher Receiving-Status. So. Sprung. Nein! Jupp, wie wir beide da schon reingeflogen sind. Ich glaub, ab dem zweiten sofort springen einfach, weil da reicht es dann aus. Schön. Warum werde ich genau jetzt angerufen? Pause kurz. Und weiter geht's. Nach einer kurzen Telefonpause. So. Man wird natürlich immer genau dann angerufen, wenn man ihn gerade aufnimmt, ne? Nein! Ich hab vergessen zu springen. Ich wurde abgelennt durch den Anruf. Mir ist gerade in der Pause aufgefallen, was für einen hübschen Hintern du doch hast in der Luft. Stimmt. Du guckst doch voll drauf. Oh, du schwules Sau, geh weg. Ich bin hinter dir. Pass auf. Hey, ich merk's. Wir fliegen auch beide jetzt erstmal schön da rein. Wir verstecken uns vor den Zuschauern. Schön in diese Watte-Kugeln hier rein, oder was das sein soll. Keine Ahnung. Ich bin extra nach hinten gegangen, um mehr Zeit zu haben, um zu springen. Und da was passiert, ich fall trotzdem tot. So, komm. Ja, jetzt direkt springen. Und nochmal springen. Und jetzt hier durchkommen. Nicht mehr springen. Und dann wieder springen. Gut. Ich würde sagen, wenn wir, falls wir da wirklich nochmal landen würden. Bei den drei Wänden. Mhm. Gut, ich würde auch sagen, bei den drei Dingern machen wir nochmal ein Safe. So. Jetzt. Nicht. Nochmal. Also. Hier hoch. Hoch. Dann hier. Hier springen. Direkt nochmal springen. Und direkt nochmal springen. Pause. Oh. Nein. Nicht. Nicht, 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 nicht. Nein. Genau deswegen. Lass mich das mit dem Pause machen. Okay. Weil, ich glaube, es passiert sehr oft, dass wir dann immer beide gleichzeitig drücken und dann Pause, nicht Pause, Pause, nicht Pause. So. Und. Nein, moin. So. Jetzt. Okay. Gesaved? Ja. Und direkt nachdem die dritte Wand weg ist, sofort springen. Okay. Okay. Vielen Dank.